hallo herzlich willkommen zurück zu city skyline snowfall so und jetzt bauen wir schön weiter diese ja das ist einfach göttlich hier aber ich muss das noch ein bisschen die muss noch was gemacht werden weil wenn ich jetzt hier auf der anderen seite nämlich ganz viele ganz viele von diesen normalen schön häuser hier mache ich will ich mich alter geht das ungültige form ich gebe dir gleich ungültige form so das müsste jetzt auch eine abfahrt sein und dann machen wir hier das ist sowas von böse ey das wird so ein verkehrschaos geben aber sowas von egal naja eigentlich müsste man könnte man das ja hier das müsste man hier so alter kein gefälle zu steil ich will hier unten ich will hier unten hin ach man jetzt tut doch nicht so ich hab doch gerade eben war es doch irgendwo grün naja ja klar komm jetzt wissen wir auch wo es grün war ich möchte nur da unten wort ist bereits belegt lalalalala ich hab dich auch lieb blup 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 ernsthaft ernsthaft willst du mich verarschen ungültige form der ort ist bereits gelegt und weißt du was ich hab dich auch sowas von lieb aber sowas von das ist so eine so eine schöne sei habe ich noch nie gehabt also ganz ehrlich ernsthaft richtig schön so gut dann machen wir hier einfach mal weiter was brauchen wir denn wir haben noch zu wenig arbeiter deswegen da machen wir mal schnell weiter schön schnell weitermachen hier einmal hier in der mitte eine gerade bahn durchziehen vielleicht nur mal einmal hier in der mitte so eine runter ja und hier könnte ich eigentlich ich weiß nicht ob das ja komm machen wir einfach mal möchte hier auch eine in der mitte haben die fett ist so und dann was machen wir dann die brauchen wir jetzt nicht oder ich weiß was ich machen wollte oh jetzt fällt es mir ein wenn ich das teil hier sehe ich will in der straßenbahnbahn also so eine richtige nur bahnlinie oh gott die müssen wir auch gleich noch machen oh gott ja aber erstmal das jetzt hier oh gott oh gott oh gott oh gott und hier auch noch mal oh gott oh gott oh gott vielleicht mache ich hier oben nochmal endlich was anderes und nicht diese kloppen Manhattan Style Zeugs hier das ist ja wie ja das ist zwar effizient sieht aber nicht so dolle aus und eigentlich läuft die City an sich wenn nicht die ganze Zeit Leute absterben würden auch recht gut aber egal schauen wir mal was haben wir denn hier noch einfach einmal so mal hier so hoch ja und hier würde ich sagen einfach mal so so kriegt man alles mit wenn man hier einmal so macht kriegt man auch alles mit ja gut dann haben wir unsere also fast alles was wir so brauchen schon mal fast durch jetzt müssen wir natürlich noch die schöne Heizung hier hinverfrachten ich weiß zwar nicht warum die Industrie Heizung braucht und ob die überhaupt Heizung braucht wo ich das überhaupt gebaut habe aber ist doch egal egal phänomenal egal so gut dann werden wir hier mal schön ganz dolle Sachen machen ja und hier in der Mitte was machen wir da da machen wir hier wo ist denn dieses Schneemobil das brauchen wir auch noch was nicht bei den Straßen Straßen in Sand Straßen in Sand Setzung ja genau ich setze meine Straßen auch immer sehr gerne in den Sand weil das ist ja auch in Deutschland so auf der Autobahn und so wenn da irgendwas gemacht wird wird das ja ist ja auch meistens also es ist ja sowas wie die keine Ahnung wie der Berliner Flughafen so in etwa das ist so solche never ending stories und so und ja das nennt man dann nicht in Stand setzen sondern in Sand setzen ja so in etwa so und was können wir jetzt da da könnten wir theoretisch könnte man ja hier mal ne aber nee hab ich ja jetzt was hingebaut ne ich bin ja auch so so sowas von schlau so was ist denn hier hier kommen die hoch da fahren sie rein ne da kommt das könnte man vielleicht vielleicht wäre das noch machbar komm hier so eine so rüber sieht natürlich jetzt richtig knorke aus also muss ich schon sagen also Respekt äh wir brauchen wir brauchen was brauchen wir wir brauchen ich glaub ne Schule wär hier oben vielleicht auch nicht mal so schlecht wieso habt ihr da oben keinen ach komm geht doch einfach nach unten ich weiß doch genau das dass das ach komm ach was soll ich mich jetzt hier ärgern komm ja passt natürlich nicht hinten und hier passt es auch nicht hin was ist denn hier oben also wenn es jetzt nicht hinhaut mit dem Strom ne dann weiß ich es auch nicht mein lieber Herr Gesangsverein hier ähm Müll wie schaut es mit Müll aus naja boah kann man direkt direkt einfach daneben bauen ja genau ich hab irgendwie dieses Gefühl boah ja kommt ich hab irgendwie dieses Gefühl dass das hier oben wieder irgendwie nicht wirklich will und ich mach auch nur die Hälfte hiervon hier mach ich jetzt einfach mal so ein bisschen Halligalli Viertel ja was mach ich denn da was heißt ein Halligalli Viertel ähm Einkaufsmeile wa komm ne Einkaufsmeile findet jeder toll alter das wärs ja oh mein Gott ey aber das ist das ist einfach nur so ne ja alle wollen hier wohnen und so aber sonst ist hier nix aber das ist ne auch selbst das wollen die nicht ich würde hier nicht wohnen wollen würdest du hier wohnen wollen ne oder nein nein komm direkt neben der Forstwirtschaft wo du dann morgens schon mui 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 dann da schon die ganze Zeit diese Sägen hörst weißt du wieder die ganzen Wälder gerodert werden vor deiner Haustür und du hörst die Schreien, die ganzen Stimmen, diese armen Pflanzen. Ja. Noch nie einen richtigen Splatter-Film gesehen, ne? Geh mal nach Holzhausen. Da hast du Splatter jeden Morgen schon. Aber da will ja keiner hin. Warum wohl? Weil es da so verlassen ist. Frostfreunde nennen sie sich. Ja, und Original-Holzprodukte. Und Horst-Holzwagen, ja. Echt jetzt? Ich wollte gerade schon... Horst, okay. Horst, ja, okay. Moderne Möbel. Bretter fürs Leben. Tja, ich glaube, die haben es hinter sich, ne? Die Bretter fürs Leben. Alles verlassen hier oben. Jetzt macht doch mal Hine hier. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt... Das hier wollt ihr. Ich weiß es genau. Ihr wollt... Ihr wollt auf jeden Fall kein Mauer haben. Das weiß ich. Ihr wollt... Dafür andere Sachen. Und ich kann euch diese Sachen geben. Ja, genau. Ruft jetzt einfach an hier. Bei City Skylines Baranien und... Beim Bürgermeister. Und der sagt euch dann, was... Was er euch besorgen. Oh, Backe. So. Das war jetzt die Polizei. Jetzt kommt noch die schöne Feuerwehr hinzu. Mit Erztieren wäre natürlich auch nicht mal so schlecht. Komm. Den kriegt man auch noch hier hin. Mit Friedhof. Naja, ich weiß nicht. Was ist mit der Grundschule? Wenn man das Teile ja wegmachen würde, ne? Ist ja total sowieso voll unnutz da, was ich jetzt halt gerade gebaut habe. Aber auch noch eine Grundschule. Ja. Und jetzt erzählt mir noch ein einziges Mal, dass ihr hier oben zu wenig Armeite habt, ne? Erzählt mir das noch ein einziges Mal, ne? Aber dann, ne? Dann geht's hier wirklich los. Aber sowas von. Dann klatscht es, aber kein Beifall. Kreuzungen und Verkehr. Leider läuft doch nicht alles so flüssig, wie sie es haben wollen. Fahren sie einfach demnächst etwas früher los. Hm. Naja, hätte aber schlimmer sein können, ne? Die paar Teile, die man hier hat, finde ich jetzt gerade aber nicht so schlimm. Hm. Holz, Holz, Holz. Brett dafür das Leben. Die Obstgartenresidenz. Ja. Hier oben haben wir auch schon einiges ausgebaut. Hm. Gibt's irgendwas Tolles, was wir bauen können? Wir müssen doch irgendwie noch was Schönes bauen. Komm. Erzähl mal. Erzähl mal, was wir bauen können. Was ist denn hiermit? Brauchen wir auch. Wird hierhin gebaut. Jo. Die Uni müsste eigentlich noch reichen, wollte ich gerade schon sagen. Aber dann machen wir jetzt das, was ich sowieso vorhatte. Vierspurige Straße. Nein, ich will keine Straße. Zweispurige Straße mit Eisenbahnschienen. Gut, wo haben wir die Eisenbahn? Die hört hier unten auf. Ach, das ist doch schon mal wieder herrlich. Äh, wie wär's, wenn wir hier einfach eine Mal weiter so hochziehen. Und dann geht die hier einfach hoch. Hier so durch. Hier so rüber. Und hier wieder so runter. Hm. Also ich möchte auf jeden Fall. Wo ist hier? Hier ist die übelste Megamord-City, ne? Möchte auf jeden Fall, dass hier bei der Uni irgendeine Linie hält. Also eine Linie von da oben. Ich hab nix gesehen. So, ähm, zweispurige Straßen mit Eisenbahngleisen. Erstmal machen wir hier unten die. Die verbessen war. Die verbessen war. Verbessen war. Ja, genau. So. Verbesserungskosten. Und weißt du was? Weil das jetzt so schön ist, werden wir hier zweispurige Straße direkt anbinden. Alter. Ich will die hier. Das ist jetzt aber doof. Ich find, das sieht jetzt nicht so doll aus. Ich könnte doch auch eigentlich diese vierspurige bis hier oben durchziehen. Und hier müsste man doch jetzt... Ja, wie wär's, wenn wir hier einfach eine machen? Ja. Das fänd' ich... Das fänd' ich super. Ähm. Diese Straßenbahn, ne? Ohne Mist. Ich mit meinen Straßenbahnen sowieso. Komm, wir... Wir machen ja... Komm, wir machen ja erst mal... 10.000 Kilometer. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir sowas von leid. Oh. Weißt du, was jetzt kommt? Noch viel schlimmer. Jetzt wird die Straße hier... Na, das geht gar nicht. Wegen der Kreuzung. Das geht absolut nicht. Sorry. Da müssen wir doch wohl... Noch ein bisschen... Nach hier. Oh. Ich will jetzt hier mal so irgendwie gucken, dass man... Hier so hoch kommt. Und da wird jetzt wieder die Straße gepimpt. Komm, wir pimpen die Straße. Und hier oben? Machen wir jetzt einfach mal... Erst mal so. Bis nach hier. Das wird sowas von bescheuert hier. Was ich hier wieder mache? Egal. So. Hier machen wir hier, 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 hier. Und hier. Und hier. Und... Dann machen wir hier noch eine. Wieder runter. Weil wir ja so super schlau und geil sind. Gott, im Himmel. Ich bin meine Straßenbahn, ey. Ohne Mist, ey. Das ist doch die Höhe. Hier lang? Warte mal, wo ist... Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Ja, das wird sich am ehesten... Wird sich hier lohnen. Also... Pimpen wir jetzt... Hier die eine Straße noch hoch. Das ist der Hammer einfach. So, und... Da ich aber auch der Meinung bin, dass man... Sowohl von hier als auch von... Alter, nee, ne? Geht das jetzt nicht? Muss ich jetzt eine Höhe bauen? Oder... Oder eine Tiefe bauen? Oder Ort ist bereits belegt? Ja, genau. Ich baue jetzt... Ich baue jetzt unten unter durch. Oh, das ist bereits belegt. Wollt ihr mich verarschen? Warum geht das nicht? Keine Bälle zu steil! Nein! Ach, Gott im Himmel. Hier ist wieder alles belegt. Kein Bau auf Wasser möglich. Warum nicht? Ich... Warum kann man keinen Tunnel machen? Wissen Sie mich? Warum kann man mit einer Straßenbahn keinen Tunnel machen? Ernsthaft? Ich weiß warum. Wegen diesen Bekloppten... Wegen diesen... Deswegen geht das nicht. Hier müsste es jetzt eigentlich hochgehen. Was aber nicht geht. Oh. Ey, warte mal! Ich dachte, das wäre eine Straße nur mit... Ich wollte nur eine scheiß... Bahnstraße. Ich wollte nur eine Bahnstraße haben. Okay. Ähm... Mit Spuren in beide Richtungen. Gut, dann machen wir die jetzt wieder weg. Ganz ehrlich, ich will doch hier nicht noch irgendwelche LKWs oder PKWs hier rumfahren haben. Dafür war die nicht gedacht. Die war nur für die Straßenbahn gedacht. Ihr könnt schon alle schön in der Mitte rumfahren. Das sehe ich nämlich nicht ein. Aber sowas von nicht. Was soll denn das bitte? So. Jetzt ist die gleich viel... Gechillter und dünner. Die Bahn. Also die Straße... Also die... Ihr wisst, was ich meine. Die Fahrbahn für die Straßenbahn. Ja, komm. Oh, das hat er nicht mehr geschafft. Das hat er nicht mehr geschafft. Der Arme. So, ja. Und was jetzt? Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte immer noch von hier nach da irgendwie so eine... Ich glaube, das wird... Das geht einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das ist... Das geht auch... Das geht überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier in der Mitte... Stell dir mal vor, hier in der Mitte in der... Kann man da nicht... Da müsste man doch... Man müsste doch hier irgendwie was hochbauen können. Warum geht das nicht? Geht das bei der Straßenbahn nicht? Willst du mich verarsche? Ähm... Straßenbahn-Gleis. Ja, komm jetzt. Ähm... Wir machen hoch. Hoch machen wir. Oh, das ist nicht belegt. Der ist mal sowas von überhaupt nicht belegt. Nein, der ist nicht belegt. Tu doch nicht so. Ernsthaft. Warum? Guck mal. Ich könnte doch... Hier könnte ich doch super gut... drüber bauen, oder nicht? Ich hab die jetzt schon hoch gemacht. Ach, Mann. Okay, wie geht das denn? Hier muss doch irgend... Irgendwas... Genau. Machen wir jetzt erstmal hier so. Alter, holen! Also diese Straßenbahn, ne? Also da will ich nie in meinem Leben... Will ich mit dieser Straßenbahn fahren. Alter, könnt ihr so... Oh, ja, Gefälle zu steilen, das war mir schon klar. Alter! Sowas von... Sowas von... Überhaupt... Un-Nutz... Jetzt, irgendwie. Weil eigentlich möchte ich ja, dass die nämlich... Ohne, dass die jetzt hier in die große Straße benutzen, hier rüber kommen. Aber... Das... Ja... Ja... Also das würde ich doch nie im Leben... Da würde ich nicht... Nee. Naja, aber wahrscheinlich wird das wohl eher... Ein Thema für die nächste Folge. Ja, und warum haben wir so wenig... Leute, die arbeiten gehen wollen? Wollt ihr mich verkackern hier? Hier ist doch direkt alles um die Ecke. Ihr habt sogar eine super 1A Autobahn-Auffahrt hier oben. Und hier ganz viele Häuser. Ganz viele Häuser. Hier, guck, mach ich nochmal was. Warum geht das denn hier nicht? Warum kann ich hier nichts bauen? Wie ist du mich verrascht? Naja, egal. Hier nochmal ein paar... Grünflächigen. Joa, und dann würde ich mal sagen... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Bis dann. Tschüssi!